Feger Treppenbau Ein Familien- und Traditionsbetrieb, der bereits seit 126 Jahren existiert. Friedrich Georg Feger gründete die Firma 1885 in Neuansbach und fertigte im Säge- und Zimmereibetrieb unter anderem Holztreppen. Tischlermeister Marcel Feger stieg 1991 in die Firma ein und modernisierte die Produktionsabläufe. Bis heute ist der Meisterbetrieb seinem Standort treu geblieben und spezialisierte sich auf dem Treppenbau. Jede der individuell gefertigten Treppen zeichnet sich durch Hand und Maßarbeit vom Feinsten aus. Im Ausstellungsraum in Neuansbach können Sie sich selbst von der Qualität der Materialien und der handwerklichen Fertigkeiten überzeugen. Sowohl die Zeichnungen, 3D-Simulationen und die Fertigungsanlage sind computergesteuert. Daher können alle Arten von Treppen und Muster für Sie produziert werden. Leistungsfähige Präzisionsmaschinen sorgen für Effizienz und Maßgenauigkeit, sodass auch die Fertigung von großen Stückzahlen in gleichbleibender Qualität gewährleistet wird. Treppenbau Feger verbindet Tradition und modernste Technik zu einem hervorragenden Produkt. Der Traditionsbetrieb produziert nicht nur erfolgreich neue Treppen, sondern renoviert und erneuert ihre bestehende Treppe. Die Synthese aus Holz, Metall und Glas prägt immer häufiger das Erscheinungsbild moderner Treppen. Neben der klassischen Holztreppe ist Treppenbau Feger auch der richtige Ansprechpartner für Ihre individuellen Treppenwünsche. Treppenbau Feger Wir bringen Sie sicher nach oben!